Willkommen Werder-Fans, wenn ihr keine Neuigkeiten aus erster Hand über Werder Bremen verpassen wollt, abonniert jetzt den Kanal, wir sind aufmerksam auf die neuesten Werder-News. Hier haben sie immer den Überblick. Noch vor wenigen Tagen hatte Clemens Fritz im Gespräch mit der Deichstube angekündigt, dass die Vertragsverlängerung mit Ersatzteuhüter Michael Zetterer zeitnah bekannt gegeben wird. Nun hat der SV Werder Bremen den Worten des Leiters Profifußballtaten folgen lassen. Am Mittwochnachmittag machte der Verein die weitere Zusammenarbeit offiziell, zur Laufzeit des neuen Arbeitspapiers äußerten sich die Werder-Verantwortlichen aber nicht. Nach Informationen der Deichstube soll Zetterer bis 2025 in Bremen bleiben. Lasst jetzt euer Like auf diesem Video da, es ist sehr wichtig, damit ihr keine Neuigkeiten von Werder Bremen verpasst, die wir hier auf dem Kanal veröffentlichen. Weiter geht's! Mit City haben wir einen guten Rückhalt in unseren Reihen, der seine Qualitäten mehrfach unter Beweis gestellt hat. Wir freuen uns sehr, dass er seine Zukunft am Osterdächt sieht und wir weiterhin auf ihn bauen können, wird Clemens Fritz in einer Mitteilung des SV Werder Bremen zittert. Michael Zetterer selbst, dessen bisheriger Vertrag am Ende der Saison ausgelaufen wäre, erklärte, vor etwas über acht Jahren habe ich meinen ersten Werder-Vertrag unterzeichnet. Seitdem ist sehr viel passiert und sowohl Werder als auch Bremen sind zu meiner zweiten Heimat geworden. Es macht mich stolz, das Werder-Trikot auch in Zukunft tragen zu können. Und dann grün-weißer Fächer, stimmen Sie dieser Vertragsverlängerung zu oder nicht? Schreibt es in die Kommentare, denn es ist sehr wichtig für unseren Werder Bremen. Bleiben Sie dran, denn Sie werden jederzeit mit den neuesten Nachrichten von unserem Team auf dem Laufenden gehalten.